hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen kleinen video heute habe ich was spezielles für euch und zwar will ich heute mal ein bisschen driften wie es die japaner tun wirklich richtige drifts raushauen und ich habe mir dazu eine mod gesaugt eine mod strecke und zwar ist das der shibuya drift track im trockenen zustand es gibt ihn auch noch im nassen zustand aber das spare ich mir heute mal mein wagen heute so geht es nicht jetzt geht es der mazda x7 natürlich nicht im original wie ihr seht ein bisschen abgeänderte version die ist von der lasst mich kurz überlegen sp mod genau saugt euch das ganze ist geil komischer sound im hintergrund ihr hört schon klingt geil ich habe hier die strecke gerade gesaugt mit einer runde gefahren und ich dachte mir ich muss ein video machen ok ich würde sagen freut euch nicht so früh auf die perfekten drifts ist das erste mal auf der strecke der wagen kenne ich finde ich geil ist eigentlich so mein lieblings driftwagen im spiel und das lenkrad natürlich auf 900 grad eingestellt und ja ok nicht mehr lange gequatschen querfahren haha nur noch die alten strecke von vorhin gucken wir mal hier einigermaßen hinten kommen Wie gesagt, ich kenne die Strecke noch nicht sonderlich gut, aber die Minimap hilft mir ein bisschen und gucken wir einfach mal, was wir hier auf die Drifts hinbekommen. Das klappt hier eigentlich schon. Wuppala, recht gut. Die Strecke ist, glaube ich, auf O eingestellt. Das war zu viel. Okay, wir sind wieder am Anfang. Ist das wichtig? Okay, Leute, ihr könnt mir jetzt beim Driften die Strecke kennenlernen zuschauen. Einfach nur geil hier. Wohoho. Um mal rumzurutschen. Ich bin irgendwie voll konzentriert gerade. Darum rede ich nicht so viel. Oh mein Gott. Yeah, aber das funktioniert doch schon eigentlich ganz geil. Das Schiff habe ich mich verschaltet. Das ist doch wieder diese Scheißkurve. Shit. Okay. Nicht wirklich professionell, aber ich werde das sicher noch ein bisschen üben. Ja! Okay, schön ist anders, was soll's, wenn ihr übrigens Tripsen lernen wollt, funktioniert eigentlich nicht so wirklich schlecht, aber geht natürlich besser, das ist klar, die A-Fach-Kurve, ja, nicht schlecht, nicht schlecht, hier, nicht schlecht, hier, sehr gut, wie geil, wie geil, okay Leute, ansonsten habe ich die Strecke hier, weiss ich ungefähr wo's durchgeht, die Kölner, der Forscher der Wand, sehr geil, was wollte ich sagen, gut, wenn ihr auch driften lernen wollt, oder ein paar Tipps braucht, guckt euch mein Drift Tutorial an, erkläre ich euch Schritt für Schritt, wie ihr schönere Drifts hinbekommt, als ich hier gerade, aber was soll's, natürlich, wenn ich nicht rede, geht es auch noch ein Stückchen besser, und ja, gebt mir einen Daumen hoch für die, hier hoch, für die Greenscreen Cam, schreibt mir in die Kommentare, wie sie euch gefällt, und, ja, wie euch das mit dem Replay gefällt, und überhaupt, wenn euch was stört, oder wenn ihr was anderes sehen wollt, schreibt mir, und, ja, ich würde es jedem empfehlen, der, oh shit, das war ein bisschen zu viel, ich würde jedem empfehlen, der ein Steuerrad, oder die Möglichkeit hat, irgendwas, bei sich zu Hause so zu installieren, macht es, ich bin echt süchtig, seit ich das Teil habe, ich bin nur noch am Racen, am Driften, und, 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 ja, wie gesagt, abonniert mich, und wenn euch das gefallen, äh, das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen, wenn euch die Cam gefällt, gebt mir einen Daumen, wenn nicht, lasst es bleiben, ich drehe jetzt hier noch ein paar unten, lasst die Aufnahmen noch ein bisschen laufen, guck dir mal vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund, und, ja, würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, hat mich gefreut, dass du zugeguckt hast, und, bis zum nächsten Mal, Ciao! Musik im Hintergrund, bis zum nächsten Mal, ciao! Musik im Hintergrund Musik im Hintergrund Musik im Hintergrund Ihr wisst, wie es läuft, Daumen nach oben, abonnieren drücken, und wir sehen uns beim nächsten Video, nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt, ich hoffe, es bleibt dabei, und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr, und, ja, von daher, bis zum nächsten Mal, und, Ciao! Musik im Hintergrund Musik im Hintergrund Musik im Hintergrund